Wenn wir uns fragen, liebe Schwestern und Brüder, wie wir zu einer solchen Haltung kommen, die ja besonders dieser Zeit angemessen ist, was uns Jesus im Evangelium sagt, barmherzig zu sein, nicht zu richten. Das einzuüben braucht ein ganzes Leben. Man kann das bei den alten Mönchen in der Wüste nachstudieren, wie sie sich mühen, genau das zu tun. Wie sie das versuchen zu praktizieren und wie das immer wieder schwierig wird. Auch wir tun heute so, als sei das das Selbstverständlichste von der Welt, barmherzig zu sein. Wir haben gerade ein heiliges Jahr der Barmherzigkeit hinter uns. Barmherzigkeit ist in aller Munde. Aber ist es auch in aller Verhalten? Wie finden wir dorthin? Wenn wir die Schrifttexte der zweiten Fastenwoche anschauen, so wird schon im Tagesgebet heute das intoniert, was ein Weg dorthin sein kann. Nachdem wir in der letzten Woche uns sozusagen an der Hand nehmen ließen, von den Schrifttexten, um ein Instrumentarium zu entwickeln, wie wir durch diese Wochen gehen können, wie unser Leben neu wird, auf Ostern zu, ist es in der zweiten Woche der Gedanke der Buße, der in den Vordergrund tritt. Deshalb beten wir heute mit Daniel in der Lesung dieses große, erschütternde Bußgebet, weil wir an diesem Gebet lernen sollen, wie man denn wirklich hinfinden kann zur Barmherzigkeit. Das ist ja nicht irgendwie ein nettes, mitmenschliches Verhalten, sondern es beginnt zunächst mit einer erschütternden Selbstanalyse, wie wir Buße nennen, indem man sich selber beobachtet. Und da gibt es zwei Verhaltensweisen, die Daniel hier mehrfach in diesem Gebet zur Sprache bringt. Treulosigkeit und Empörung. Denn darum geht es ja. Es besser zu wissen und es anders zu machen, als es Gott vorsieht, als Gott nachzuahmen. Und es bedarf dazu einer gewissen Haltung, die, wie mir scheint, wir auch in der Kirche gründlich verlernen, nämlich einmal wirklich knallrot zu werden. Daniel betet es gleich zweimal in diesem kurzen Abschnitt. Es treibt uns die Schamröte ins Gesicht. Als Heranwachsender oder als Kind ist einem das immer peinlich. Aber da haben wir es noch nicht verlernt, weil wir uns noch nicht verstecken können. Als Erwachsene können wir das geschickt überspielen. Aber dieser plitzige Moment, da wir ertappt sind und es geht rot, wie eine Ampel. Das ist der Moment, wo es uns erwischt hat und wo wir merken, irgendetwas ist falsch. Auch wenn es vielleicht in diesem Punkt nur um irgendeine Süßigkeit oder irgendeine kleine winzige Lüge ging. Aber so beginnt es. Und wir lernen es irgendwann zu überspielen. Bei den wirklich großen und wichtigen Sachen werden wir dann nicht mehr rot. Es wäre wichtig, diese kindliche Haltung wieder zu entdecken. Uns wirklich für Dinge zu schämen, die wir tun. Weil sie schämenswert sind. Und sie sind vor allen Dingen Empörung gegen Gott und Treulosigkeit gegen Gott. Uns muss das niemand einreden. Wer ein waches Gewissen hat, der wird genau die Punkte spüren, wo es die Situationen gibt, die so schleichend beginnen, so ganz klein. Ist ja nicht so wichtig. Wir reklamieren heute, wie im Supermarkt, Barmherzigkeit für uns. Barmherzigkeit für uns und Barmherzigkeit für jedermann. Aber es gibt keine billige Barmherzigkeit. Sie hat einen Preis. Wir wissen auch, wer diesen Preis bezahlt hat. Und wenn wir diesem Preis einigermaßen gerecht werden wollen mit der Erneuerung, mit diesen Wochen, mit dem, wie wir leben, wenn wir uns Christen nennen, dann beginnt sie beim Rotwert. Und bei dem Versuch, endlich die Treue zu halten und diese kleinen Revolutionen, die wir starten, zu beenden. Weil wir Frieden finden, wir nur, wenn wir, wie es Jesus im Evangelium fordert, Gott selber in seiner Art nachahnen, der keine Revolution führt, kein Strafgericht an diesem sich empörenden Menschengeschlecht, sondern sich immer wieder erweichen lässt und barmherzig ist. Und das ist ja auch, denn das ist ja auch, dass wir, wenn wir's die erste Mal glauben, dass und der letzten Mal da sind, dass du immer wieder erweichen hast, dass du immer wieder erweichen lässt, was wir natürlich auch hier viele, dass du immer wieder erweichen hast, und so geht es um,